Hallo mal wieder, hier ist Sebastian von Defma Models und herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 der Soleil Royale von D'Augustini. Ab sofort werden wir quasi mit diesem Video, wie bei der Gorch Fock, immer zwei Folgen pro Video verarbeiten, um einfach einen kürzeren Lauf zu haben, dass quasi nicht ein Paket zwölf Wochen dauert, sondern einfach nur sechs Wochen. Wir erhalten also in den Tüten 18 und 19 den letzten Spand, ein Beutel mit Grätings, verschiedene Vierkantleisten, den Heckbalken und diverse Stützen und Verstärkungshölzer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020